so leute hier mir wurde geholfen von einem clan mitglied hier die grafikeinstellungen einzustellen und jetzt ist eine probeaufnahme mit dem fv td ihr seht ja der hat diesen neuen skin dann will ich mal gucken ob irgendwie ingame sich was verändert hat oder ob ich tatsächlich neue pc teile brauche ein bisschen an den grafikeinstellungen geschraubt nvidia geforce irgendwie software aktualisiert und so weiter und so fort bei den grafikeinstellungen auf benutzer definiert hat er mir geholfen so jetzt müssen wir gucken ob das was gebracht hat für euch wäre bereit auf jeden fall wie hast du hast doch schon angenommen oder nicht hatte ich schon ja ja ich habe doch eingeklickt jetzt geht's los naja der frau der matchmaker hat so lange gebraucht bin ich mal gespannt ja natürlich drei artis weil ich habe fv td genommen das ist ja wieder ganz klar man darf ja kein spiel spaß haben mit dem fv dann auch noch direkt auf der map und drei artis in kombination aber warum braucht das jetzt so lange bist du schon in game oder noch lade grafik ich bin drin du hast du schwarzes bild oder was ich bin jetzt auch drin ah gott geht los wir haben auch links wie viel frames hast du oben links fps oder was ja 38 39 40 ok wie gesagt vielleicht morgen das update abwarten äh das in neustart abwarten 1 ja ja abwarten aber spielst du es besser äh ja ein bisschen was hat sich grafisch verändert so aber ich kann es nicht genau beschreiben irgendwie äh ok er den spiel einfach mal ein paar runden ja ich ich lad mal das video gleich eh hoch und dann kannst du ja selber angucken ob da sich was geändert kannst du zwei videos nebeneinander laufen lassen dann guckst du ja ja genau ich denke mal hier im wald ist noch nicht viel wir müssten mal jetzt in die mitte flanken mit dem e100 jetzt hier nicht weiterfahren weil wenn wir gespottet sind hauen uns die drei artis raus ok guck mal dass du oh guck mal da der scout ist schon bei uns in der base und es kümmert mal wieder kein böse junge ok komm auf jeden fall über links ja du musst jetzt über die mitte hier rein flanken ja ich denke mal grafikkarte ist ja gut aber der prozessor und motherboard und ram speicher müssten geändert werden dann hole ich die neuen ddr4 da 16 gigabyte dann den intel die 7 8700k und neues motherboard dann müsste das reichen die grafikkarte ist ja relativ gut eigentlich die 1066 ist der fahrt meine kriegt kommen wir müssen bestellen hier fällt alles fährt gerade 16 kmh ich zieh mich mal wieder in den wald zurück und kann dann aus der distanz wirken du musst auch artis safe an so einem haus stehen alle verlieren gerade alles weil hier schon wieder alles am kämpfen ist sämtliche mediums stehen und gucken zu wie die base auseinanderfällt und wieder ein weg auch nicht eingeämmt gg ja auf mich brauchst du nicht pingen kollege weil ich bin zu weich für die front ich meine ich mein schön im augen naja nur halt muss schon artis safe stehen da sind genug artis helfe häuser unser scotter gammelt immer noch hier hinten anstatt mal hier was zu spotten 3 zu 7 gg aber ich kann jetzt da nicht auf die wirken weil die hinter maus stehen das ist das problem ich brauch nur die acht auf den teppchen na super du bist ein stück zu tief reingefahren ich kann mich mit dieser hae werfer ich kann mich mit dieser hae werfer ich kann mich mit dieser hae werfer ja das ist ja mal super unicom style hier von unseren mediums ich bin raus alter sämtliche sämtliche medium-panzer sind am gammeln ey wir haben null spot auf irgendwas und der e100 muss spotten weil die alle zu kum sind unfassbar wir hatten null spot bist du da vorgeschlagen ne ja ich weiß aber wo sollte ich hätte ich hingehen können ich sag ja wärst du nicht an der front hätten wir gar keinen spot gehabt aber viel spot hat es mir auch nicht gebracht immer außer ach ne du bist ja noch dritt entschuldigung meinst du sie kriegen jetzt den fv da ey alter ich kassier von allen seiten weil die zu dumm sind mal irgendwo hinzufahren ne diese leute ja die meisten sind damit zu beschäftigt sich zu verstecken ja so gewinnt man ja auch spiele gg aller ich kassier sämtliche treffer weil diese komischen schnellen panzer zu doof zum spotten sind ne ja 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 gehen wir außer ja jetzt spiele ich mal was schnelles vielleicht damit die leute mal ach jetzt habe ich gar keinen anderen haha oder ich müsste auf den leo den skin donnern mhm ich denke du hast den leopard 1 ja aber ich habe ihn noch nicht lackiert und ich habe ja und weil na ich tue sie immer erst komplett fertig machen und dann fahre ich damit erst raus komplett erforschen nimm doch ein neuner irgendwas schnelles neuner ja du mich mal einladen da habe ich nur oh scheiße wer soll dich einladen passt schon du bist doch im zug mit mir ja was soll ich dich da noch einladen ich habe einen ausgesucht auf jeden fall bei mir wird nichts angezeigt dass du was ausgewählt hast ah sorry das habe ich nicht gewusst ich muss bestätigen noch ich wollte schon sagen also ich nehme noch keine drohung ich auch nicht ne noch ist es nicht soweit probieren wir es mal ach die seite hasse ich immer links oder rechts ich bin noch nicht im game jetzt erst wie viel fps sind denn gut ab 60 oder was ab 60 ist ok 70 das ist der gute schnitt ne aber eben umso mehr fps umso besser ist es aber ich habe so um die 40 jetzt ja ich denke mal cpu ist bei mir das problem der ist ein bisschen alt ne ja vielleicht musst du alles mal updaten vernünftig weil ich weiß nicht was für Programme du hast aber wenn du da drauf hast und 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 dafür ist es zu kompliziert bei TS für mich definitiv ja kann man cpu auch irgendwie updaten oder was hm na na mach das bloß nicht also wenn einfach nur die normalen Updates von Windows immer machen das passt schon nicht immer alle sind gut aber auch nicht alle sind schlecht ach Windows 10 alter die ganzen Updates die haben so viel Mist gebaut die letzten zwei Jahre und jetzt noch diese fette Sicherheitslücke mit den Intel Prozessoren so ich fahr schön vor pass auf mich auf äh auf der map niemals an die Front nein nein ich fahr nicht den Berg auf ich bleib unten stehen ich lasse für dich ohy soh, erledigt ne Before fahr auf diese platte da nicht drauf nur ich bleibe unten ich gehe auf den t34 aber selbst da rechts würde ich nicht rausfahren weil der kreuzfeuer ist die sind mit mehreren panzer bei hinten stehen wirst du weggeschossen und weggekettet und so noch zu voll da oben die zehn kannst du nicht wirken von da oben man musste ja mal kommen lassen so so kann keiner auf die wirken deswegen heißt das ja auf flugplatz nur campen weil wenn du vorfährst kriegst du kreuzfeuer wenn du die gegner aber kommen das kriegen die kreuzfeuer wer auf den hügel fährt verliert eigentlich ja hügel sowieso komplett offene fläche unser ferdinand möchte unbedingt an die front und es dauert nicht lange bis er platzt und da hat er schon den ersten fetten treffer kassiert liebe kollegen ja du stellst dich jetzt nicht vor meine nase das meinst du doch nicht ernst junge zack vorgefahren zack gefressen zack ist er gleich tot der euro hat schon gar keine haps mehr ja hier ein bisschen wasserseite könnte eventuell gleich wichtig werden vielleicht drehst du dich schon mal richtung wasser und das erstmal richtung wasser sowieso besser wenn die leute da kommen dann können wir auf die einwirken fahr aber nicht runter ans wasser von hier aus ich bleib hier oben ich bleib hier man ferdinand komm doch mal weg da damit die leute vorwärts fahren gott auch dieser schwede der stellt sich mir jedes mal einen weg was ist denn los mit dir ein junge weißt du was das erstmal hier weggeschoben hör mal auf hier von meiner nase rumzufahren alter was ist mit dir auch einer mit eingebaut davor fahrt ja der ist nur am blockieren der typ alter und egal wie ich mich verstelle der stellt sich schon wieder mir in den weg was ist los mit dem ja die kapieren es nicht dass die kommen lassen müssen die blockieren die da der ferdinand fährt schon wieder vor und wird jetzt gleich schon wieder kassieren junge fahr doch mal weg da damit die kommen verstehst du das nicht ich sag dem schon das hundertste mal fahr zurück weil er checkt das einfach nicht hier ist es auch aus schießt auf jeden fall richtung wasser bis ich dir bescheid gebe ja ja ich habe alles in der kontrolle der t34 aufpassen gott unser ferdinand er bitte die sterben alle bitte vor und die sterben weißt du wir stehen hier mit zehn kanonen können alle nicht wirken weil der ferdinand die leute da weg pusht weil die sich dann nicht trauen vorzufahren und wie egal wie oft du dem sagst fahr zurück der rafft ist einfach ein junge weiß was dann machen wir das doch mal so haben ja sorry alter der fährt mir schon zum zwanzigsten mal vor die kanone das kann es ja wohl nicht sein nur bobbys online oder was schon wieder weißt du ich stehe da der fährt vor meine nase ich stell mich woanders hin der fährt mir wieder vor die nase alter ich stelle mich rechts der fährt mir vor die nase alter der vergleicht alter verwechselt das lenkrad mit dem glücksrad was auch die 10 ein bisschen schaden haben sie mitgenommen die bleibte aber stehende t34 ein millimeter wasser seite sieht gut aus oder relativ war vor pass auf chill mal bitte fahr bitte nicht vor ich war nur stück hier an die haben kreuzfeuer das bringt nichts wenn du dahin fährst bitte ich war kein weiter vor ja wasser seite was doch mal die gegner kommen wir haben noch über sieben minuten zeit alles ist gut wenn die leute da mal wegfahren würden und der gegner raus waren würde könnten wir alle wirken aber die herrschaften da vorne die checken das einfach nicht der t34 ist erledigt bitte richtung wasser seite schauen ja bin gerade am weg da kommt nämlich ein bisschen was da kannst du da wirken gleich bei mir der t34 die ganze zeit nicht vorfahren nur dahin wirken aber dann steigt irgendwo ein t54 rum dieser komische schwede steht schon wieder vor meiner kanone alter der typ jungen hätte typ wie der das nicht rafft dass der da nicht vorfahren soll unser amx pusht irgendwie alleine auch da irgendwie rechts drauf so 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 die letzten fünf minuten sollten wir langsam vorgehen oder auf flugplatz pushen bedeutet den sicheren tod vor allen dingen gibt es keine artis die helfen können vor allen dingen haben die drei tds die kreuzfeuer aufgebaut haben scheißegal wo du vorfährst du kassierst mehr als du austeilt deswegen defter passiv fahr aber nicht vor du hast hinter dir ein stritzwagen der hilft dir ich muss mal die wasserseite hier ein bisschen klären wird auf das scorpion gehen hier auf gar nix guck dass du überlebst sobald du da kassierst haben wir das spiel sicher verloren und bleibt er stehen ich bin gleich wieder bei der wasserseite ich muss dir helfen ja war aber nicht vor du kannst ja helfen ohne vorzufahren sagt ja keiner dass du nicht helfen soll es war aber nicht da hoch und zwar auch nicht vor ich komme mal zu dir ja bitte stell dich mal relativ safe bis ich da bin wohin haut der stritzwagen von uns ab ist der blöd der war doch auf dem hügel alter der sollte dir doch helfen alter kaum fahr ich weg haut der typ ab oder was ist das ein paar nanenschädel das ein bananenschädel so push mal da hoch ich komme jetzt kommt ab 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 er der skorpion wohin der auch unser dämlicher stritzwagen alter unser dämlicher stritzwagen alter unser dämlicher stritzwagen alter unser dämlicher stritzwagen alter der hätte dann nur auf dich aufpassen sollen und fährt da weg hey hilfe ich brauch mal hilfe was für ein dämlicher vollidiot dieser stritzwagen alter was ein vollidiot man der stand doch da auf dem hügel warum fährt denn der da weg dieser voll bot ich hätte den doch der schießt jetzt mit gold durch den vor ich hätte den wenn du kannst na gut komm face to face naja so nicht auf keinen fall ich hab das vor nice ja voll alter was ein krampf weil wir haben doch einiges richtig gemacht dasствient mehr Ja, du siehst ja, sobald du hier vorwärst, Kreuzfeuer und die sind tot. Ich konnte die Wasserseite nicht halten, ich musste mich da um den Skorpion kümmern, der kam einfach. Fahr mal bitte rechts lang in die Gegnerbase, weil wenn du links fährst, dann schießt er dich über den Haufen. Ja. Fahr, 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 fahr! Ma, querschläger, ich werde bekloppt, ey. Aber ich bin nicht gespottet. Oh Gott. Äh, nein, nein. Wir haben nur noch zwei Minuten, so. Ich hatte gehofft, dass du weiterfährst und dann bei dir den Cap, damit er unter Druck steht. Bist du da? Nice. Oder so. War doch okay, Mann. Danke für deinen Einsatz. Ja, warte auf jeden Fall mit den FPS morgen auf jeden Fall nochmal den Dings ab. Den Restart vom Server. Meinst du? Ja, manchmal ist es einfach so. Ja, mein Prozessor ist eh als AMD X2, Phenom X4, da diese vier Kerner von 2011. Ja, AMD, wie heißt das, X2? Phenom 2 965 irgendwie so. Auf jeden Fall uralte Prozessor so. Also Prozessor, Motherboard und die zwei RAM-Speicher will ich eh erneuern. Tu das und lass dir das von einem wirklich einrichten, der das kann ein bisschen. Ja, ich lass das, ich geb denen Geld, sollen die mir das machen und gut ist. Weil es ist immer die sichere Seite, wenn du dich so wehnt. Weil du siehst, was du Update machen musst, benutzt das definierter. Und genau, stopp, beim Nvidia, die GeForce, mach die nochmal auf, bitte, ja? Wir haben das vergessen. Ja, warte, gleich, ja, warte. Mach ich sofort. Eine Sekunde. So, alle mal bitte die Links in der Beschreibung anklicken. Dort findet ihr meinen Twitch, meinen Facebook, meinen Sportkanal und alles mögliche unten in der Beschreibung. Und abonniert den Kanal. Bis dann.